Herzlich Willkommen, hier ist dieser Paul mit dem Thema GIMP, ein Rahmen um einen Bereich in einem Bild ziehen. Dann und wann möchte man in einem Bild etwas markieren? Besonders sinnvoll ist das, wenn man eine Anleitung zu etwas schreibt und bestimmte Bereiche hervorheben will. Das funktioniert mit der Open Source Bildbearbeitungssoftware GIMP natürlich auch. Das ist im Kopf ganz einfach. Ich zeige mit einem Pfeil hin oder rahme den entsprechenden Bereich einfach ein. Das mit den Pfeilen hatten wir schon, dafür gibt es ein schmuckes Plugin. Der Link zu der Videoanleitung befindet sich im Infobereich. Für einen Rahmen benötigt man nicht einmal eine Erweiterung oder ein Skript. Diese Funktionalität ist bereits eingebaut, allerdings nicht direkt klar ersichtlich. Deswegen hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Erstens Bild laden mit Datei öffnen. Das habe ich hier schon getan. Dann zweitens Vordergrundfarbe festlegen. Wir bestimmen mit der Vordergrundfarbe, wie der Rahmen geschmückt werden soll. Einfach hier draufklicken. Ich habe mich hier mal für rot entschieden. Also rot anklicken und bestätigen mit OK. Dann drittens Auswahl markieren. Ich ziehe nun einen Kasten um das, was ich mit einem Rahmen versehen möchte. Auswahl, zum Beispiel hier das ganze Terminal-Fenster. Der Bereich kann natürlich auch viel kleiner sein. Dann vierten bearbeiten, Auswahl nachziehen. Kann man entweder über das Hauptmenü erreichen oder wenn man mit der rechten Maustaste auf das Bild klickt. Dort erscheint ein äquivalentes Menü. Mit der rechten Maustaste draufklicken, bearbeiten und Auswahl nachziehen. Fünftens Einstellungen. Nun öffnet sich ein Fenster, in dem man noch so diverse Optionen konfigurieren kann. Darunter befindet sich auch die Strichstärke, die dann bestimmt, wie fett der Rahmen wird. Nachziehen. Dann gibt es hier noch die Option Linienstil. Ebenso gibt es noch die Auswahl mit Hilfe eines Malwerkzeugs nachziehen. Zum Beispiel hier Malwerkzeug Pinsel und hier kann man noch anklicken Pinseldynamik emulieren. Aber hier erstmal nachziehen. Zum Beispiel Linienbreite 10 Pixel und abschließend auf den Button Nachziehen klicken. Fertig. Das war es dann auch schon. Nur wenige Schritte sind notwendig und man kann mit Hilfe von GIMP einen Rahmen um eine Auswahl ziehen. Keine Minute muss man verbringen, um mit GIMP auf bestimmte Bereiche in Bildern hinweisen zu können. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit jeder anderen Auswahlmethode. Es muss kein Viereck sein. Auch ganz wilde Muster funktionieren mit exakt derselben Methode. Das war User Power von oben Screencast. Ciao und viel Glück. Ciao.